Interessante Pflanze. Wie heißt die? Und wir gießen hier 70 Grad. Also auch Weihnachten kann etwas mit Physik zu tun haben, und zwar nennt man das Ganze Wärmeströmung. Die warme Luft strömt an dem Rad vorbei und versetzt es in Bewegung. So, jetzt passiert einmal gar nichts, also dass es so undicht ist, und jetzt mache ich hier einen Wirbelstuhren. So, ich glaube, das wird jetzt echt besser. Ich glaube, das wird super. Also besser geht's mit Pola-Platten, weil die jetzt einfach stabiler sind und auch das Gewinde passt besser. Wir wissen ja eigentlich, die Pfeilen zu Boden, aber sie können schweben, so wie auch die Magnetschwebeband, der Transpapid, wenn sich die Pfeile abkommt. Aber irgendwann kippt die ganze Sache mit, danke schön. Zum St. Zum St. Untertitelung des ZDF, 2020